Guten Morgen. Das wird sich erst zeigen. Oh, ich sehe, Sie sind noch hier. Ich wollte nicht ohne Sie los. Sehr witzig. Wie lange habe ich eigentlich geschlafen und Sie als Kopfkissen benutzt? Nicht so lange. Haben Sie sich etwas erholt? Oh ja, ich habe wie ein Baby geschlafen. Nein, meine linke Seite schläft immer noch tief und fest. Ich habe den Mund voller Sand und eine Armee von Moskitos hat mir die Füße zerstochen und ich kann mich nicht kratzen, weil meine Hände hinten auf dem Rücken festgebunden sind. Aber sonst ist alles in Ordnung. Nur keine Hektik. Wir haben noch viel Zeit, bevor der Zimmerservice auftaucht. Ich habe im Ernst gehofft, ich würde aufwachen und es war nur ein böser Traum. Aber das war ein Trugschluss. Und haben Sie ein bisschen geschlafen? Nicht viel. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir hier rauskommen. Ich bin offen für jeden Vorschlag und wenn er noch so ausgefallen ist. Wussten Sie schon, dass ich als Kind ein richtiger Entfesselungskünstler war? Nein, nein, das ist mir neu. Ich bin ein Fan von Houdini, sich in Luft auflösen, aus Handschellen befreien. Und konnten Sie das gut? Ich hatte keine Chance, es rauszufinden. Meine Mutter nahm mir meinen Zauberkasten weg, als ich den Schlüssel für die Kette verlor, mit der Heather an die Kellertür gekettet war. Warum kann ich über diese putzige Geschichte nicht lachen? Wie ich schon sagte, ich hatte nie die Gelegenheit, es herauszufinden. Aber jetzt ist es soweit. Alles, was ich brauche, ist eine gelenkige Assistentin. Ich denke, ich melde mich freiwillig. Oh, das trifft sich gut. Der Trick ist, wir müssen darüber zu der Werkbank. Ich zähle bis drei. Gut? Gut. Sind Sie soweit? Ja. Eins, zwei, drei. Ich komme. Ich komme. Oh, Sisi. Was für eine nette Überraschung. Ich habe gerade Frühstück bestellt, aber vielleicht kann ich es ja nochmal anstellen. Kommen wir lieber gleich zur Sache. Was ist los? Du willst dieses Machwerk senden, ist das dein Ernst? Meinst du vielleicht mit Machwerk meine Fernsehsendung über Millionengeschäfte und Arbeitslosigkeit in Santa Barbara? Eine Hetzkampagne gegen mich und meine Familie wäre ein passenderer Titel. Jetzt beruhige ich mich. Jetzt erzähl mir nicht, ich soll mich beruhigen. Ich dachte, wir hätten eine ehrliche, ernsthafte, freundschaftliche Beziehung zueinander aufgebaut. Aber in Wirklichkeit hatten wir überhaupt keine Beziehung. Für dich gab es nur diese Story. Aber eins will ich dir sagen. Niemand nutzt mich aus. Niemand. Ich habe wie verrückt nach dir gesucht. Wo warst du denn die ganze Nacht? Ich bin heute Morgen auf der Couch vor dem Testbild aufgewacht. Ich bin aufgehalten worden. Wieso hast du mich nicht angerufen? Kannst du mir die mal rübergeben? Scott, was ist passiert? Da fragst du am besten den anderen, Dr. Danalee. Was hat er damit zu tun? Dank der freundlichen Hilfe deines Vaters bin ich versetzt worden. Ab heute arbeite ich nicht mehr hier. Warte, du meinst, du bist versetzt worden? Nein, verbannt, so würde ich das nennen. Man könnte auch strafversetzt dazu sagen, in eine staatlich subventionierte Klinik. Oh, nicht doch. Ich bin sicher, dass ich das deinem Vater verdanke. Er hatte ja gesagt, dass meine Tage hier gezählt sind. Und er ist ein Mann, der macht, was er sagt, oder? Ich wette, dass das ein Missverständnis ist. Ich habe wohl einen Fehler gemacht. Das ist alles. Und jetzt muss ich dafür bezahlen. Weißt du, ich dachte, ich könnte mit deinem Vater wie mit einem ganz normalen menschlichen Wesen umgehen. Ich dachte sogar, ich hätte es geschafft, dass er mich mag. Du kannst dich eben gewaltig in einem Menschen irren. Es tut mir so schrecklich leid. Ich hatte doch keine Ahnung. Am besten du vergisst es. Okay? Ich bin jetzt nicht in der Lage, ruhig über dieses Thema zu reden. Und ich, ich möchte nicht, dass ich aus Ärger etwas Falsches zu dir sage. Ich muss hier einfach raus. Wie sieht's aus, Thomas? Reicht das Material aus, um vor Gericht zu gehen? Ich erläutere Ihnen erstmal die Fakten. Ich habe ein Dossier über Victoria Lane angefertigt. Wir haben ein paar Informationen in der Hand, die in der Vormundschaftsangelegenheit sehr hilfreich sein können. Was sind das für Informationen? Wir haben, wie üblich, die Vergangenheit untersucht und ein paar Freunde befragt. Fast jeder hat ein paar dunkle Punkte, die er am liebsten vergessen möchte. Hm, und die wären? In Victorias Fall kann ich sagen, sie hat sich eigentlich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ein Low-Budget-Film im letzten Jahr, in dem sie kurz nackt aufgetreten ist. Einige Male hat sie ihre Appartments in Los Angeles gewechselt, weil sie die Miete nicht zahlen konnte. Das liegt allerdings bereits einige Jahre zurück, als sie gerade anfing mit der Schauspielerei. Ist das alles? Was soll ich sagen? Das hört sich nicht gerade umfangreich an. Aber dieses Wissen kann uns behilflich sein. Und wenn wir noch hinzufügen, dass sie ein Drogenproblem hat, haben wir genügend Material, mit dem sie das Sorgerecht für ihr Kind vor Gericht einklagen können. Was hältst du davon? Wenn das bedeutet, dass wir das Recht bekommen, mit Chip zusammen zu sein, dann sollten wir es tun. Mag schon sein, aber mir gefällt diese Vorgehensweise nicht. Nur auf diese Weise können wir ihren Charakter schildern. Und ihre Qualifikation als Mutter, wenn es darum geht, ob sie das Kind behalten darf. Ja. Es hängt allein von Ihnen ab, welche Vorgehensweise Sie für die Beste halten. Sie müssen jetzt verdammt hart mit sich ins Gericht gehen und sich selber die Frage beantworten, wie weit Sie gehen wollen, um vor Gericht das Sorgerecht für Ihren Sohn zu bekommen. Auch wenn es Ihnen jetzt nicht fair erscheint, warten Sie, bis Sie Victoria gegenüberstehen. Das Sorgerecht für Ihren Sohn zu bekommen, wie weit Sie gehen wollen, um vor Gericht das Sorgerecht für Ihren Sohn zu bekommen. Was gibt's so dringend ist, dass du mich hast ausrufen lassen? Wann gedachtest du mir mitzuteilen, dass du Scott in eine andere Klinik versetzt hast? Es scheint mir, das hat sich erledigt, daher ist dir offensichtlich schon von selbst gesagt. Ich weiß nicht, ob er es mir gesagt hat, aber ich will wissen, wieso du es getan hast. Ich war eben der Ansicht, er wäre der beste Mann für diese Aufgabe. Als die Behörde mir ihre Absicht mitgeteilt hat, dort wieder eine Klinik zu eröffnen, dachte ich mir, der beste Mann für diesen Posten wäre klar. Wieso fällt dir bei all den qualifizierten Männern und Frauen in diesem Krankenhaus gerade Scott ein? Er hat bei den verschiedensten Gelegenheiten Partei für die Sozialschwächeren ergriffen. Da wäre doch diese Aufgabe eine wunderbare Möglichkeit, sich zu beweisen. Das ist doch nicht der wahre Grund, das weißt du ganz genau. Du stehst da und versuchst mir zu erzählen, das wäre ein Zufall, dass ich nur einen Tag, nachdem ich dir sage, dass Scott und ich zusammenziehen wollen, diese einmalige Gelegenheit auf... Es existiert kein Zusammenhang zwischen diesen Tatsachen. Ich habe mir noch nie erlaubt, persönliche Motive einfließen zu lassen in meine Arbeit. Meine Empfehlung, dass Clark die Leitung dieser Erste-Hilfestation übernehmen soll, war rein beruflich. Dann will ich dir mal glauben. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie viel Kraft es mich gekostet hat, mich zu überwinden und dir die Wahrheit zu sagen, dass ich mit Scott mehr als eine freundschaftliche Beziehung habe? Aber wenigstens darauf hättest du Rücksicht nehmen können, bevor du anfängst, unser Leben so zu verändern. Ich hatte immer den Eindruck, dass es dir egal ist, welche Gedanken ich mir über dein Leben mache. Weil du dir nie die Mühe machst, richtig zuzuhören, wenn man dir etwas erzählt. Du hast dir doch noch nie Gedanken darüber gemacht, wie es ist, sich wie eine Verrückte abzumühen, damit man wenigstens einmal ein winziges Lob erhält und es nie bekommt. Aber damit ist jetzt Schluss, Daddy. Weil ich leider einsehen musste, dass das verlorene Liebeslöse ist. Heather, seit dem Tag, an dem du geboren wurdest, habe ich große Erwartungen in dich gesetzt. Und große Träume. Ich habe nur das Beste für meine Kinder. Ich habe dir auch nur einmal Gedanken darüber gemacht, welche Träume ich hatte. Du sagtest doch, du wirst nach Santa Barbara gekommen, damit Michael, du und ich wieder eine Familie sein können. Wenn das stimmt, warum störst du mich dann so vor den Kopf? Diesmal bist du zu weit gegangen. Was fällt dir eigentlich ein, mich plötzlich wie eine Verräterin zu behandeln, hä? Du wusstest vom ersten Tag an, was für eine Story ich mache. Aber dass du sie so aufziehst, das hätte ich nicht von dir gedacht. Dann beantworte mir mal eine Frage. Was hast du dir denn vorgestellt, was für ein Rührstück diese Geschichte wird? Ich dachte, du bist objektiv. Ich dachte, du berichtest sachlich aus der Sicht eines Dritten über den Chef einer Firma, der wegen wirtschaftlicher Probleme einige Leute entlassen muss. Wäre das so schwer gewesen? Nein, du zerrst meine Familie in den Schmutz. Das tust du. Ich habe nicht vorgehabt, irgend so eine Schmonzette über den göttlichen C.C. Capwell zu drehen. Die Menschen da draußen wollen keine Jubelberichte aus deiner Marketingabteilung hören. Sie wollen etwas über den Mann selbst... Es interessiert mich nicht, was von mir erwartet wird. Meine Privatsphäre geht niemanden außer mir etwas an. Genau hier irrst du dich und zwar ganz gewaltig. Du stehst ebenso im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses wie Donald Trump oder was weiß ich. Glaubst du allen Ernstes? Die Leute haben nur ein Fünkchen Interesse daran. Wie es um das Verlagswesen bestellt ist? Oder wie du deine erste Million gemacht hast? Ach, hör doch auf, C.C. Weißt du, was mich am meisten interessiert? Ich möchte zu gern wissen, von wem du diese Informationen hast. Wie hast du sie dir erschlichen? Hast du auch mit ihm geschlafen? Du wärst überrascht zu erfahren, wie begeistert die meisten Leute waren, mit mir über dich zu sprechen. Ich bin sicher, du kennst das alte Sprichwort. Sei vorsichtig, wen du dir zum Feinde machst. Du hast den Dingen herumgeschnüffelt, die du nie und nimmer hättest veröffentlichen dürfen. Gemeiner Klatsch über meine Ehefrau und Kelly. Du hast nicht einmal Mason und Channing, obwohl sie tot sind, verschont mit deinen schmutzigen Andeutungen. Ich sollte dich und deinen Sender verklagen. Seit wann darf man nicht mehr die Wahrheit sagen? Ich habe mich in dir getäuscht. Ich dachte, du würdest fair sein. Komm bloß von deinem hohen Ross runter. Du hast mich diese Geschichte doch nur machen lassen, weil sie deiner Männlichkeit geschmeichelt hat. Das kannst du mir jetzt nicht vorwerfen. Du hast mich dargestellt, als wäre ich ein armer und einsamer Mann, der sich an seine Firma klammert, obwohl du und jeder weiß, dass das nicht wahr ist. Wieso verteidigst du dich eigentlich so vehement? Es geht mir nicht um mich. Aber ich werde nicht zulassen, dass du das Leben der Menschen, die ich liebe, zerstörst. Meine Familie ist mir das Wichtigste auf der Welt, auch wenn du das vermutlich nicht verstehen kannst. Und ich fühle aufrichtiges Mitleid mit dir, dass du nie die Liebe einer Familie erleben wirst. Aber über etwas bin ich doch erleichtert. Ich bin froh, dass dein Vater und mein Freund die Frau nicht mehr erleben muss, die du geworden bist. Er wäre mit Sicherheit von deinem Verhalten ebenso angewidert, wie ich es bin. Ja, zu sein. Wenn Sie Zweifel haben, sollten wir jetzt darüber reden. Ich möchte keine Überraschung vor Gericht erleben. Wenn Sie mich so fragen, ja, ich habe Bedenken. Ich möchte zwar meinen Sohn bei mir haben, aber ich zweifle ein wenig an Ihren Methoden. Bruce. Nein, 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 schon in Ordnung. Ich bin nicht beleidigt. Was genau haben Sie auszusetzen an meiner Vorgehensweise? Dass bei der Verhandlung in Ihrer Vergangenheit geschnüffelt werden soll, meiner Meinung nach hat sie schon genug durchlitten, ohne noch einmal derart bloßgestellt zu werden. Das finde ich nicht fair. Aber findest du es nicht genauso unfair, dass Chip bei jemandem leben soll, der nicht imstande ist, ihm ein Heim und Geborgenheit zu geben? Dessen bin ich mir bewusst. Ich möchte Chip mit allen Menschenmöglichen Mitteln schützen, aber ich möchte nicht, dass seine Mutter in diesem Prozess zerstört wird. Schatz, gestern wolltest du nach Chip entführen, weil du dachtest, Victoria über einen schlechten Einfluss auf das Kind aus... Zum Glück haben Sie das nicht getan. Wenn Sie das Kind gekidnappt hätten, hätten Sie eine kriminelle Handlung begangen und man hätte sie strafrechtlich verfolgt. Leider verfügen Sie über keinerlei Rechte, was den Jungen betrifft, und zwar so lange, bis wir vor Gericht bewiesen haben, dass Miss Lehn sowohl als Mutter wie auch als Vormund ungeeignet ist. Ich glaube, dass allein schon Ihr Verhalten und die Art, wie sie sich benommen hat in den letzten paar Wochen, mehr als genug Beweise für den Richter sind, dass sie momentan nicht gut für meinen Jungen sorgen kann. Und welche Beweise hat der Richter dafür, das, was die Leute sagen? Ihr Wort gegen Miss Lehn's? Wir kommen nicht an Ihr Krankenblatt in der Klinik heran, das ist vertraulich. Verstehen Sie, ich muss Ihnen leider sagen, unsere einzige Chance ist es, zweifelsfreie Beweise dafür zu erbringen, dass Victoria zu einem verantwortungslosen und sprunghaften Lebenswandel neigt. Also was hältst du davon? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es hinterhältig, auf einen Menschen einzutreten, der schon am Boden liegt. Ich bitte Sie, die endgültige Entscheidung liegt allein bei Ihnen. Aber überlegen Sie gut. Das Wohlergehen Ihres Sohnes liegt in Ihrer Hand. Sobald Sie einmal begonnen haben, um Ihren Sohn zu kämpfen, dann müssen Sie diesen Weg zu Ende gehen. Und jedes Zögern könnte bedeuten, dass Sie Ihren Sohn für immer verlieren. Ja, verdammt, was haben Sie denn hier zu suchen? Na, ich könnte Sie genau dasselbe fragen. Ach, findet man denn heutzutage nirgendwo mehr seine Ruhe? Nur weil ich keine Wohnung habe, heißt das nicht, dass ich keine Rechte habe. Ja, bitte sehr. Ich schlage Ihnen vor, rufen Sie die Polizei an. Sie denken wohl, ich bin bescheuert. Nehmen Sie sich in Achtung. Das kann ja heiter werden. Willkommen in der Hölle, Doktor. TJ, mach schon wach auf. Du scheinst ja gestern eine rauschende Ein-Mann-Party gefeiert zu haben. Was? Dann kann ich bloß hoffen, dass es das hier wert war. Was soll dieser Schwanker hart? Willkommen im Land der Lebenden. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Wie spät ist es? Atme dir unter die Dusche und rasier dich. Wir müssen bald aufmachen. Ich brauche schnell ein Bier, sei so gut. Ich glaube nicht, dass dir das hilft. Gib mir ein Bier. So nicht, TJ. Du kannst von mir aus so viel trinken, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Aber während der Öffnungszeiten, nimm dich zusammen. Soweit es mich betrifft, haben wir geschlossen. Verstanden? Mein Freund Tequila und ich machen einen privaten Umtrunk. Es macht dir sicher nichts aus, uns beide allein zu lassen. Wir waren doch mal Freunde. Wieso erzählst du mir nicht, wieso du dich in letzter Zeit so aufführst? Wenn du in dem Stil weitermachst, wirst du alles verlieren. Alles, was du hast. Du machst mir Spaß, Teddy. Mal im Ernst. Du, wie ich die Sache sehe, habe ich nicht mehr viel zu verlieren. Und wenn ich dir auf die Nerven gehe, da ist die Tür. Es ist mein Leben. Und ich mache damit, was ich will. Tu das. Aber hör auf, Menschen wehzutun, die mir wichtig sind. Ich glaube, da gibt es etwas, was ich ein für alle Mal klarstellen sollte. Also pass auf. Ich hatte was mit deiner Mutter, als ihre Ehe längst gelaufen war. Und was dein Schwesterchen Kelly angeht, wirst du vermutlich jubeln, wenn ich dir sage, dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben will. Okay? Es tut mir leid, wenn ich sehe, wie du gerade durchhängst. Aber ich finde, du solltest versuchen, dein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Dir einen Menschen suchen, der dir hilft, neu anzufangen. Den hatte ich schon gefunden. Aber ich habe sie nicht halten können. Wenn du wüsstest, was das für ein Gefühl ist, jemanden so unbeschreiblich zu lieben, dass man alles tun würde, um für immer bei ihm zu sein. Kennst du das? Bevor du das nicht erlebt hast, kannst du gar nicht wissen, wie das ist. Die Leere und die Einsamkeit, die du fühlst, wenn derjenige fort ist aus deinem Leben. Also tu mir einen Gefallen und spar dir deine Ratschläge. Ach, ich liebe dieses Haus. Es ist wirklich unmerkend. Freut mich, dass du mich mal besuchst. Wo ist denn dein Prinz? Geh mal. Er will versuchen, einen Schiff bei seiner Mutter loszueisen. Willst du eine Tasse Kaffee? Ja, nichts lieber als das. Nachher findet die Anhörung statt. Ja, ich weiß, mein Schatz. Ich dachte, ich komme hier und leiste dir etwas moralischen Beistand. Ich brauche jede Menge moralischen Beistand. Wie stehen eure Chancen? Weißt du, das ist schwer zu sagen. Hier, dein Kaffee. Danke. Es ist sehr schwer, weil sie prüfen müssen, ob Victoria in der Lage ist, Mutter zu sein oder nicht. Und weil Cruz nicht weiß, wie weit er gehen darf in seinen Bemühungen, das Sorgerecht zu erhalten. Und wie geht es dir selbst? Ich versuche alles zu tun, um Cruz zu helfen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Wie fühlst du dich? Ach, ich fühle mich soweit ganz gut. Die Lage ist etwas verzwickt. Chip ist im Moment am wichtigsten, sodass ich für andere Dinge kaum Zeit habe. Und was ist mit der Gegendarstellung auf den Bericht von Lydia Soundes? Oh, das wird noch etwas dauern. Ich bin noch immer nicht fertig. Es fehlen noch einige Informationen, es sind noch ein paar Gespräche zu führen und ich hatte eben keine Zeit dafür. Es tut mir leid. Ich will den Bericht unbedingt machen. Ich fürchte nur, dass der Schwung etwas verloren gegangen ist. Du machst ihn auf jeden Fall. Sicher, aber ich will mal ehrlich sein. Mein ursprünglicher Beweggrund war die Abneigung, die ich gegen Lydia Soundes hatte. Hat sich das geändert? Na ja, ein bisschen. Oh, seit ich diesen Job mache, habe ich sehr viel gelernt. Ich verstehe jetzt, wie sich so eine Story entwickelt. Erstmal beginnst du Informationen einzuholen und dann führst du, du führst Interviews und du versuchst, dieses neue Wissen zusammenzufügen und dir ein objektives Bild zu machen. Und auf einmal hast du ein Konzept für einen Bericht, der deine persönliche Handschrift trägt. Du klingst geradezu enthusiastisch. Ja, richtig. Ich bin ganz angetan von der Arbeit. Ich möchte nur wissen, was die Fernsehleute von mir halten. Deren Enthusiasmus, mit mir zu arbeiten, ist wohl begrenzt, aber... Lass dir Zeit, um deine Glaubwürdigkeit zu beweisen und mach deinen Kollegen klar, dass deine Ambitionen ernsthaft sind. Ich werfe noch lange nicht das Handtuch. Ich werde schon mal den Kamin abstauben, um deinen Emmy draufzustellen. Aber im Ernst, ich würde mit dieser Story gern das Bewusstsein der Leute etwas aufrütteln. Ihnen klar machen, wie wichtig es ist, über Arbeitslosigkeit zu sprechen, wenn ich das könnte. Du schaffst alles, was du dir vorgenommen hast. Sagst du das, weil du meine Mutter bist? Nein, das sage ich. Weil du meine Tochter bist. Ah, jetzt weiß ich, wieso ich dich so lieb habe. Los. Noch alles dran? Wir müssen uns umdrehen. Sehen Sie den Nagel, der in der Werkbank steckt? Wir könnten probieren... Vorsicht! Wir könnten die Fessel darüber legen und ich könnte versuchen, ob ich... Und was dann? Wir sind im tiefsten Niemandsland gelandet. Ich habe seit Stunden kein Auto mehr gehört. Ganz ruhig, stillhalten. Möglicherweise ist heute Nachmittag Meerverkehr. Es kommt bestimmt ab und zu jemand vorbei. Ja, das hoffe ich doch sehr. Schaffen Sie es so? Ich bin fast soweit. Gut. Dann kriege ich ja gleich ein großes Glas Wasser. Oh, oder Limonade. Ja, eine schöne, kühle Limonade. Oder ein Riesenglas mit viel Eis. Beeilen Sie sich! Schon gut, Sie kriegen Ihre Limonade. Vergessen Sie die Limonade. Da ist eine Rieseneidechse, die kommt immer näher auf meine Füße zu. Was denn für eine Eidechse? Ich kenne mich da nicht so aus. Es ist eine eklige, glitschige Sorte. Sie ist riesig und hat glubsche Augen und kriecht näher auf mich zu. Keine Panik, bewegen Sie sich nicht, damit sie nicht wild wird. Heißt das, sie beißt? Nein, nein, aber wir wollen sie nicht verscheuchen. Diese Viecher schmecken sehr gut, wenn man sie grillt. Das war's. Wo ist denn das Untier? Die Körner ist weggerannt, als sie gehört hat, dass wir sie essen wollen. Schade, ich hatte mich schon so auf diesen Leckerwissen gefreut. So, bitte sehr. Danke. Danke. Haben Sie das gehört? Klang wie ein Auto. Halt! Hey! Nicht böse sein, im nächsten Monat kommt vielleicht wieder eins, möglicherweise auch erst im übernächsten. Ich hab's euch in Hunger. Hier muss doch irgendwo was zu essen sein. Irgendwas. Vielleicht haben Sie wenigstens einen Kaugummi-Automaten. Ich hab's euch in Hunger. Ich wünschte, die Eidechse käme wieder. Na, komm. Komm. Ah, ich glaube, ich habe was gefunden. Was denn? Zeigen Sie hier. Was ist da drin? Sehen wir gleich. Vielleicht was zu trinken. Ich helfe Ihnen. Kriegen Sie es auch? Jetzt bin ich ja neugierig. Kaviar. Im Brot aus Russland. Ah, Cracker. Champagner. Was für eine Werkstatt ist das hier? Für Rolls Royce. Das bekamen die Kunden, während sie auf ihre Wagen warteten. Darf ich dann zu Tisch bitten, meine Dame? Ja. Wir könnten dem Angebot widerstehen. verdammt. Verschwindet. Wird's bald. Mal los. Arme Schublade. Das ist heute nicht mein Tag. Kann ich dir helfen? Ja, ich hatte die Hoffnung, dass du möglicherweise deinen Ärger inzwischen abreagiert hast, aber es ist besser, ich lasse das hier und gehe. Nein, nein, warte mal. Bitte entschuldige, ich habe mich schlecht in der Klinik benommen. Schon gut, ich verstehe das. Und wie gefällt es dir hier? Willkommen im Albtraum von Dr. Clark. Es ist gar nicht so übel, da lässt sich mit Farbe doch sicher einiges machen. Es gibt auf der ganzen Welt nicht genug Farbe, um diesen Gestank hier zu überdecken. Bei mir werden wieder einige böse Erinnerungen wachgerufen. Wieso? Warst du schon mal hier? In der Umgebung hier bin ich aufgewachsen. Mein Vater brachte mich hierher, wenn ich zum Beispiel einen Unfall hatte mit dem Rat oder eins der Kinder aus der Nachbarschaft mir die Nase blutig gehauen hatte. Ich war Stammgast hier. Kein Wunder, dass du es hast. Es ist nicht die Erinnerung an die blutigen Nasen. Es liegt mehr an den Ärzten und Schwestern, verstehst du? Die haben einen behandelt, ich weiß auch nicht. Wie eine Nummer oder sowas. Obwohl es bestimmt nicht ihr Fehler war. Die meiste Zeit war das Wartezimmer so voll, dass man kaum Luft holen konnte. Das Personal war hoffnungslos überfordert. Kein persönlicher Kontakt, nichts dergleichen. Du bekamst ein Pflaster und schon wartete der nächste Patient. Das ist ja furchtbar. Weißt du, was das Schlimmste von allem war? Die Ärzte und die Schwestern waren eben solche Opfer dieses Systems wie die armen Menschen, die von ihnen geheilt werden wollten. Ich weiß noch, auf mich als Kind wirkten die Leute, die hier gearbeitet haben, wie ein Haufen von Zombies. Es passierten eine ganze Menge Fehler, musst du wissen. Auch Fehler mit fatalen Folgen. Du bist viel zu gewissenhaft, dass dir das passiert. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe. Na, hör mal. Seit wann kneifst du vor eine Herausforderung? Du verkraftest doch sogar eine 18-Stunden-Schicht lang den großen Dr. Danne, was Schlimmeres gibt's nicht. Dein Vater würde sich verlachen im Bauch halten, wenn er mich hier sehen könnte. Wir können ja versuchen, ihm ein Schnippchen zu schlagen. Vielleicht schaffen wir es, die Lacher auf unsere Seite zu bekommen. Was willst du damit sagen? Na los, nimm dir einen Besen und fang an. Komm schon. Welcher Anwalt vertritt euch eigentlich in der Angelegenheit? Er sagte mir, dass ihr euch kennt. Thomas Randolph. Thomas? Ja, sicher. Ich kenne ihn. Er arbeitet in derselben Kanzlei, die auch deinen Vater berät. Genau. Und ich soll dich herzlich grüßen. Ah, bei ihm hat sich das sicher angehört wie ein ungebührliches Angebot. Hört sich an, als wäre der etwas mehr zwischen euch. Ach, das ist nur so etwas ähnliches wie ein Running Gag. Wenn wir uns auf Partys sehen, dann flirtet er mit mir und ich putze ihn herunter. Nur ein harmloser Spaß. Ruf doch mal an. Ich soll ihn anrufen? Aha. Ich soll mich mit ihm verabreden? Ich bitte dich. Aber Mama, überleg doch mal, du könntest anrufen und dich zum Beispiel mit ihm zum Mittagessen verabreden. Und ich meine, ihr beide seid attraktive und intelligente, reife und verantwortungsvolle Menschen. Also verabredet euch. Vielleicht gefällt dir einander. Man kann nie wissen, was sich so ergibt. Halt mal die Luft an. Wenn ich nicht aufpasse, verheiratest du mich noch. Mama, ich will dich doch nur davor bewahren, dass du von jetzt an ein Leben führst, bei dem du alt und grau wirst. Was soll das? Ich habe nicht vor, für den Rest meines Lebens in Einsamkeit zu versauern. Aber dieses freie Leben, das ich jetzt führen kann, ist eine berauschende Sache. Ich möchte mir einfach Zeit nehmen, um das zu erleben. Von mir aus. Ein Rendezvous läuft dir ja nicht weg. Es muss ja nicht Mr. Randolph sein, obwohl ich finde ihn ganz süß. Na gut, wenn es dich glücklich macht, ich werde heute essen gehen. Stell dir vor, mit einem Mann. Da standst du, und er ist nett. Arthur Donnelly, Heathers Vater. Ist das was Ernstes? Es ist nur ein Essen. Das ist alles. Wir können uns gut leiden und wir unterhalten uns prächtig. Schöner meinetwegen, wenn du damit zufrieden bist, bin ich es auch. Ich denke immer noch viel an deinen Vater. Ich vermisse ihn. Ohne Mann fehlt mir etwas in meinem Leben. Aber ich renne nicht durch die Gegend und suche jemanden, der seinen Platz einnimmt. Es gibt keinen zweiten Mann wie deinen Vater. Und dabei wollen wir es belassen. Ich muss gehen. Oh, schon? Um wie viel Uhr ist die Anhörung? Um vier, aber Cruz hat gesagt, dass er vorher noch mal hierherkommt. Wahrscheinlich müsste er schon längst wieder hin. Vielleicht ist er mit Chip irgendwo hingegangen. Ja, wahrscheinlich. Machst du dir Sorgen? Nein, vermutlich hast du recht. Sie werden aufgehalten worden sein. Was denkst du, Chipper? Was machen wir jetzt? Mich sofort an, wenn die Anhörung vorbei ist. Ja, das verspreche ich dir. Hallo? Hallo, Prinzessin. Guten Tag, Daddy. Sophia, es tut mir leid. Ich hätte mich telefonisch ankündigen sollen, aber ich wollte dir etwas Wichtiges mitteilen. Schon gut, ich wollte sowieso. Nein, du bleibst besser. Es geht die ganze Familie an. Worum geht es denn? Ich habe eine Kopie der Fernsehreportage erhalten, die Lydia Saunders gedreht hat. Du hattest recht. Vollkommen recht. Sie spricht das Todesurteil über unsere Familie. Ich bin für sie der größte Ganove seit Ivan dem Schrecklichen, aber keiner von uns bleibt verschont. Ich wollte euch vorbereiten und euch sagen, dass ich mit dieser Hetzjagd nichts zu tun habe. Und du glaubst, dass es damit getan ist? Gibt es denn keinen Weg, die Ausstrahlung verbieten zu lassen? Ich wünschte, es gebe einen. Ich habe meine Anwälte eingeschaltet, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken, aber darauf würde ich nicht hoffen. Lässt du mich bitte mal mit deiner Mutter allein? Das heißt, wenn es ihr nichts ausmacht. Na gut, ich bin in der Küche. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt jetzt das dicke Ende. Ich muss dir leider sagen, dass besonders du in Lydias Feldzug nicht sehr schmeichelhaft dargestellt wirst. Sie bringt einige sehr private Dinge von dir, vor allem aus der Zeit, als du dich mit TJ getroffen hast. Was für private Details sind das? Deine Männergeschichten. Und dass du auf die Familie keine Rücksicht genommen hast. Kannst du mir sagen, wie sie dieses widerliche Zeug rausgekriegt hat? Jedenfalls hat sie es nicht von mir. Was sagst du? Sie hat es nicht von mir, aber woher weiß sie es deiner Meinung nach dann? Und außerdem klingen die Anschuldigungen, die diese Frau erhebt, bemerkenswert vertraut für meine Ohren. Weil das genau die Worte sind, bis auf den kleinsten Buchstaben, die ich mir von dir anhören musste, bevor du mich aus dem Haus geboren hast. Das war ein Streit zwischen dir und mir. Ich würde unsere Differenzen niemals vor Fremden breittreten. Auch nicht während deines kleinen Bettgeflüsters mit Lydia? War etwa ein Tonbandgerät an, als du es mit ihr getrieben hast? Bleib bitte oberhalb der Gürtellinie. Du hättest eben überlegen sollen, was geschieht, bevor du eine offizielle Einladung an diese Person aussprichst und mit ihr die Nacht verbringst. Sag mal, was ist denn hier los? Ich bin sicher, dein Vater wird dir lieben und gerne erzählen, was es für ein erhebendes Gefühl ist, die vermutlich letzte Gemeinsamkeit zu verraten, die uns noch miteinander verbunden hat. Daddy, weswegen habt ihr euch so furchtbar gestorben? Sie hat offenbar vergessen, dass wir geschieden sind. Entschuldige ich mich. Warte nicht so schnell. Hallo, Cruz. Hallo. Ich rufe euch nachher an. Ich bin wohl im falschen Moment reingebettet. Hey, wo bist du eigentlich gewesen? Was meinst du damit? Ich habe ihr Sorgen gemacht, du hast nicht angerufen. Kannst du dir vorstellen, was für verrückte Sachen ich mir ausgedacht habe, die du da draußen treibst? Du meinst, ich wäre in der Lage und täte was Verrücktes? Wenn du wüsstest, wie nah ich dran war. Fred, Fred, würdest du dich bitte beruhigen? Ja, ich weiß, du bekommst gleich einen Infarkt. Ja, ja, ich weiß, ich habe dir versprochen, dass du die Geschichte heute bekommst, aber du musst eben leider noch ein bisschen warten. Weil die Story noch einmal neu geschnitten werden muss, deswegen. Hör zu. 24 Stunden, schlimmstenfalls. Nein, ich verspreche dir, du bekommst deinen Bericht von mir fix und fertig, pünktlich zum Sendetermin. Nein, es ist alles in Ordnung damit und ich gehe jede Wette ein. Du wirst begeistert sein. Ich bekomme heute noch Material und das ist so wichtig, dass es noch in die Story gehört. Du bist ein Engel, danke schön. Ich bitte um Entschuldigung für meine Verspätung. Sie sehen, aber reizend aus. Danke sehr. Ich bin auch gerade erst eingetroffen. Oh, gut. Martini? Ja. Genau das Richtige. Mein Herr, ich hätte gern das Gleiche wie die Damen. Ich glaube, Sie kennen meinen Sohn noch nicht. Ted Capro, Dr. Donnelly. Hallo, Ted. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bringe den Drink drüben an Ihren Tisch. Das ist nett. Danke. Bitte sehr. Ähm, dieses Restaurant ist in der Tat anders als der Orient Express. Ja, es ist ein großer Unterschied. Möchten Sie woanders hin? Nein, nein, nein. Ich, ich war in letzter Zeit etwas zu oft dort. Ich kann ganz gut ein bisschen Abwechslung vertrauen. Eine Abwechslung ist das hier allerdings. Kommen Sie oft her? Ach, früher mal. Aha. Hier ist Ihr Drink. Danke sehr. Gute Zeit. Na dann, worauf wollen wir trinken? Stoßen wir auf einen neuen Anforderung für uns beide. Ein guter Vorschlag. Ich finde, es klingt sehr vielversprechend. Was ist das? Ah, so ein Ding hatte ich früher auf der Highschool. Aber ich hoffe, Sie denken nicht, was ich denke, dass Sie denken. Es ist immerhin ein Fahrzeug. Das war es vielleicht vor 20 Jahren, aber das Ding fährt uns doch nicht von der Tankstelle hier bis nach Las Vegas. Ich wette, ich kriege das wieder flott. Dabei fällt mir ein, die habe ich eben auf der Straße gefunden. Nichts mehr drin. Los geht's. Können Sie mir das Werkzeug rübergeben? Jetzt sagen Sie bloß nicht, dass Sie auch noch Motorrädmechaniker sind. Oh ja, doch, sowas in der Art. Deswegen wollte ich Polizist werden. Ich wollte so ein Ding fahren und auch noch Geld dafür bekommen. Ist da sowas ähnliches wie ein Schraubenzieher? Ja. Wunderbar. Verbindlichsten Dank. Ich weiß noch, irgendwann, als ich mal aus der Schule kam, hat mein Vater mich erwischt, wie ich mein Motorrad auseinandergenommen habe. Alles war auf der Straße verteilt. Er machte eine bissige Bemerkung. Er hat einen langen Vortrag gehalten über die Ähnlichkeit zwischen einem Chirurgen und einem Mechaniker mit begnadeten Händen. Ich nehme an, dass er nicht sehr angetan war. Ja, er war puterrot im Gesicht und ist wütend ins Haus gestürzt. Ich höre es noch heute, wie er die Tür hinter sich zugeschmissen hat. Sie zwei haben nicht viele Gemeinsamkeiten, oder? Nur das großartige Talent, uns immer wieder gegenseitig zur Weißglut zu bringen. Ich gestehe, ich habe ein tiefergehendes Motiv, weshalb ich Sie heute eingeladen habe. Und was ist das? Mich interessiert Ihr Geheimnis im Umgang mit Ihren Kindern. Wann immer ich Sie zusammen mit Ihnen sehe, bin ich von Ihrem harmonischen Verhältnis fasziniert. Sie haben offensichtlich viel Zuneigung füreinander. Das ist sicher richtig, aber ich fürchte, dass ich Ihnen dafür kein Erfolgsrezept verraten kann. Was immer es auch ist, anscheinend fehlt mir dazu das Talent. Denn sobald meine Kinder fünf Minuten mit mir im selben Raum sind, ist ein offener Krieg im Gange. Da übertreiben Sie sich. Wir brechen jeden Rekord. Ich weiß nur sehr wenig über Sie, aber ich würde sagen, Sie hören lieber zu, als selber zu halten. Versuchen Sie es doch einmal mit Geduld. Wo wir schon von Unermedlichkeit sprechen, bitte entschuldigen Sie. Ich rufe nur kurz im Krankenhaus an. Ich bestelle uns noch einen Kaffee. Danke sehr. Er ist etwas älter, als du es sonst magst, Sophia. Was willst du? Ich wollte dir nur die frohe Botschaft bringen, dass du dich nicht mehr um Kelly sorgen musst. Sie hat mir mehr als deutlich gemacht, dass sie nichts mehr von mir wissen will. Das überrascht mich gar nicht. Ich auch nicht. Wie die Mutter, so die Tochter, oder? Du bist zu einem Mann zurückgekehrt, den du nicht liebst, und sie hat das Gleiche getan. Doch die traurige Wahrheit ist, dass es bei dir nicht funktioniert hat. Warum denkst du, dass es bei ihr gut gehen wird? Ja. Im Ernst? Wenn ich mich hier so umsehe, würde ich sagen, hier lässt sich eine Menge draus machen. Ach ja? Schieß los. Ich bitte dich, du hast doch Fantasie, es ist deine Erste-Hilfestation. Du kannst hier tun, was du möchtest. Nein, ich trage zwar die alleinige Verantwortung hier, aber ich bekomme von den Behörden gesagt, wie ich den Laden führen soll. Wieso? Das muss nicht unbedingt so sein. Hör auf, du weißt doch, wie das System funktioniert. Du hast es doch selber gesehen. Ich bestelle einen Kanister rote Farbe, und da schicken die mir fünf. Aber nur weiße Farbe. Den Regeln muss man sich eben fügen. Und wenn wir uns die Regeln ein bisschen gefügig machen? Und wie? Ich weiß, du bist heute ziemlich niedergeschlagen. Wir, äh, wir drehen den Spieß einfach um. Lass uns einfach sagen, dass wir eine Party machen, und dass wir die Nachbarn dazu einladen. Dann werden wir die Räume selber herrichten. Ja, das ist gar keine üble Idee. Mhm. Die Leute werden hier behandelt. Sie sollten auch entscheiden, wie es hier aussehen soll. Ich bin ganz deiner Ansicht. Alles, was sie brauchen, sind, äh, Malpinsel und ein paar Ideen. Und wir steuern die Farbe und das Essen bei. Da fällt mir was ein. Draußen ist eine kahle Wand. Die wäre gut für Graffiti. Ein bisschen Farbe trägt dagegen gut. Wir könnten aber Kinder aus der Nachbarschaft fragen, ob sie uns die Wand bemalen wollen. So, als ob ihnen dieses Gebäude hier gehören würde. Das wäre toll. Und außerdem könnten wir einen Abend in der Woche aufmachen für berufstätige Mütter. Was hältst du von einem Kindergarten? Wir könnten als zusätzlichen Service Kinderbetreuung anbieten. Wäre das nicht was? Nicht zu fassen. Das schlägt mir ein Mann vor, der noch für fünf Minuten behauptet hat, er könne nicht gegen den Strom schwimmen. Aber da ist was, was wir beide noch klären müssen. Ich spreche von deinem Vater. Ja, weißt du, ich würde mir seinetwegen nicht so viel Sorgen machen. Ach ja, wieso? Weißt du etwa mehr als ich? Ja, ich weiß vieles, was du nicht weißt. Das wäre? Ich weiß, dass du das hier sehr gut machen wirst. Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen. Du weißt ja gar nicht, wie nervös ich bin. Ich bin sicher, dass wir recht bekommen. Sind wir zu spät? Nein, Sie sind noch vor Miss Lehn hier. So können wir wenigstens noch über einiges reden, bevor die Anhörung losgeht. Ich kenne den Richter. Er ist knallhart, aber sehr fair. Wir haben eine gute Ausgangsbasis, auch ohne, dass wir uns allzu tief in Miss Lehns Vergangenheit knien. Aber für den Fall das nicht. Haben Sie noch einmal darüber nachgedacht, was wir heute früh besprochen haben? Ich habe hin und her überlegt, aber offen gestanden. Bezweifle ich, ob Sie in der Sache recht haben. Was in dieser Sache recht ist, ist relativ. Sie müssen vor allem daran denken, dass Sie um das Wohlergehen Ihres Sohnes kämpfen. Gibst du mir noch ein paar Weisheiten mit auf den Weg? Du allein musst dich entscheiden, aber was immer du tust, ich bin auf deiner Seite. Sie haben vermutlich mehr Erfahrungen in diesen Dingen als ich. Deswegen werde ich Sie so vorgehen lassen, wie Sie es für richtig halten. Aber versprechen Sie mir, dass Sie sich mit schweren Geschützen so lange zurückhalten, solange es nur geht. Ich hoffe sehr, wir müssen die unangenehmen Details nicht erwähnen. Wir haben noch fünf Minuten. Wir treffen uns dann im Saal. Ja, und vielen Dank auch. Auf in den Kampf. Hey, es wird ganz bestimmt alles gut gehen. Ja. Ich frage mich, wo Tori ist. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Entschuldigung. Dankeschön. So, und jetzt noch die Hände. Was denken Sie, kommen wir bald hier weg? Sie haben mal sehen, ob er anspringt. Seien Sie ja vorsichtig. Jetzt bin ich gespannt. Ich erst. Ah, klar. Und aufsitzen. Von mir aus können wir fahren. Festhalten und auf zur großen Reise. Oh, dann muss ich Ihnen noch etwas erzählen. Hallo, alter Kumpel. Familien treffen was? Hübsches Paar, die beiden. Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Ja, werde ich wohl machen. Ich kann sowieso kein Zimmerfeuerwerk leiden. Oh, der hat er lost to love for me blue I found myself Das ist seltsam. Schon so spät. Ich kann nicht verstehen, wo Sie mit Chip bläht. Bin ich etwa zu spät? Wiederhören. Nein, sind Sie nicht. Wir warten noch auf Torrey. Hat Ihr Anwalt Sie als Zeuge aufgerufen? Nein, ehrlich gesagt bin ich ihretwegen hier. Ich habe nochmal nachgedacht und finde es richtig, was Sie gestern Abend gesagt haben. Also, falls Sie mich brauchen. Danke vielmals. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Aber es war möglicherweise umsonst, weil Victoria... Ich habe den Anwalt von Miss Lehn angerufen. Er war schon vor über einer Stunde mit ihr verabredet, aber sie war nicht da. Er will uns anrufen, sobald sie wieder auftaucht. Entschuldigen Sie mich. Gruß. Mama, hier ist Cruz. Oh mein Gott. Nein, bleib wo du bist. Wir machen uns gleich auf den Weg. Ist was passiert? Sag es mir doch. Meine Mutter hat Chip vor einer halben Stunde ins Bett gebracht. Eben wollte sie nochmal nach ihm sehen und der Junge ist fort. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020